Herzlich Willkommen auf der Bauma 2019. Herzlich Willkommen bei Kramo. Kramo, dein Mietpartner, empfängt euch heute in der Kramo-Welt. Mein Name ist Hartwig Finger, ich führe euch heute ein wenig rum. Hi Hartwig. Hi Anna, grüß dich. Na, auch schon einen guten Tag gehabt. Ja wunderbar, wir haben die Bauma hier eröffnet, wir sind dabei, jetzt alles zu zeigen und ich freue mich, dass wir jetzt endlich loslegen können und vor allem, dass wir auch so viele hier im Team haben. Lass uns mal rumgehen. KBS ist dabei. KBS ist unser Baustellenlogistiker, unsere Infrastruktur. Perfekt, um das ganze Bild abzurunden, um der Partner deiner Warte sein, vom Baustellenzaun bis hin zu tun. Herzlich Willkommen dabei. Danke. Baustellen-Service, eine super Sache und dort haben wir hier den Hans Schweike gerade heute stehen, der den Counter besetzt und auch sehr gut dort informiert ist, wenn Kunden kommen zum Thema Verkehrssicherung. Hier machen wir aber auch Bauwerksprüfungen und da kommt auch die Chefin schon des Ganzen, die Frau Lux, Silvia. Hi, grüß dich. Weiter geht's mit Verkauf. Wir hatten vorher gesagt, wir machen alles. Wir vermieten nicht nur, wir verkaufen auch unsere Produkte, weil wer mietet, kauft und wer kauft, mietet. Wir wollen natürlich nicht nur den Kunden einseitig betreuen. Von daher ist es wichtig, dass wir natürlich mit ausgewählten Partnern auch unsere Produkte verkaufen, sowohl neu als auch Brauchmaschinen, um halt ein ganzheitlicher Partner für unsere Kunden zu sein. Das Beste kommt zum Schluss, oder nicht? Natürlich. Weil, ja, für diese ganzen Sachen, die wir hier haben, brauchen wir natürlich auch die besten Mitarbeiter. Das ist ganz klar, weil wir sind ein People-People-Business. Bedeutet dementsprechend nicht, die Maschine steht bei uns im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Und deswegen haben wir natürlich auch noch einen Counter, nämlich Kramo Karriere, um einfach hier auch noch mal zu schauen, okay, wo kriegen wir Auszubildenden her, wo kriegen wir genau die Menschen her, die diesen Kramo Shaper Spirit haben, um uns einfach auf diesem Weg zu begleiten. Neben der Karriere haben wir natürlich auch noch die Kramo School. Kramo School bedeutet, wir wollen unseren Partnern anbieten, ihre Mitarbeiter auszubilden. Vertreten wir das diesmal durch, den nicht säuberlich. Ja, heute führen wir hier auch noch mal zweimal am Tag die ganze Woche Vorträge, um genauestens zu erklären, was bedeutet es denn wirklich, sicher zu arbeiten, sicher auf der Baustelle zu sein, was für uns auch ein ganz großer Part ist. Neben der Sicherheit der Maschinen auch das Arbeiten. Abgerundet wird das Ganze natürlich von unserer Kramo Welt. Das Herzstück der diesjährigen Bauma. Spielerisch können wir zeigen, mit den Kollegen von MSR, einem Modellbauverein, wie unsere Produkte im täglichen Leben auf der Baustelle miteinander harmonieren. Vom Baustellenzaun bis zum Pool, alle Geräte als Partner deiner Wahl. Schaut es euch selber an. Abschließend sollten wir vielleicht noch über die Digitalisierung reden. Absolut, ja. Neben den Services und den ganzen Produkten, die wir als Partner deiner Wahl den Kunden liefern wollen, haben wir uns natürlich als Konzern auch das Thema Digitalisierung auf die Fahne geschrieben. Digitalisierung bedeutet zum einen, dass wir unsere Maschinen und unsere Produkte natürlich digitaler in Szene setzen, aber auch, dass wir den Mietprozess deutlich digitaler und einfacher für den Kunden vorbereiten wollen. Der Kunde kann im Endeffekt alles online gestalten, von der Anfrage bis zur Auslieferung, von Informationen über technische Details, über auch, wie viele Maschinen habe ich eigentlich auf meiner Baustelle. Absolut. Also Digital World, sozusagen die digitale Welt, Kramo, immens wichtig in der heutigen Zeit und dadurch, dass wir auch als Mietpartner ganzheitlich innovativ und da absolut mit der Zeit gehen wollen, ist es ein essentielles, ja, essentielle Weg, das zu tun. Kramo, dein Mietpartner, we are shapers. Wir wollen die Firma vorantreiben, indem wir Digitalisierung auch ganz oben auf unseren Kanal haben. Ja, das war der Rundgang auf der kleinen Kramo-Welt. Wir wollten euch einen Eindruck vermitteln, was auf der Bauma alles gezeigt wird, wie wir uns als Mietpartner darstellen. Ich denke, wir haben eine tolle Bauma vor uns. Ja, absolut. Das Wetter muss besser werden, aber da, wo wir sind, scheint die Sonne. Von daher freuen wir uns. Vielen Dank. Tschüssi.